Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu meinem versprochenen PS5 Unboxing. Endlich ist es soweit, leider 24 Stunden später, weil ich gestern noch ein paar Schwierigkeiten hatte. Ich hatte wirklich damit zu kämpfen, als YouTuber und Streamer stehst du auf einmal vor einem Problem, was du nicht gleich gelöst bekommst und viele von euch als Streamer werden dasselbe Problem haben. Eventuell gibt es dann noch ein extra Video, denn ich bin es ja normalerweise beim Stream gewohnt, dass ihr alles hört, während ich aber auch ein Headset trage. Da dieser Kasten leider keinen optischen Ausgang hat, was ja keine Neuigkeit ist, braucht man jetzt ein gewisses Equipment, um seinen Gamesound und seinen Chatsound, alles Partychat und so weiter, komplett zu übertragen, während ich ein Headset trage. Ich habe gestern erstmalig gleich mal die erste Stunde Miles Morales gezockt auf Twitch. Wer da reinschauen will als Let's Play, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen. Und ich musste tatsächlich den kompletten Gamesound über Monitor ohne Headset hören. Ansonsten hättet ihr als Zuschauer keinen Sound gehabt. Ich als Streamer habe dann aber absolut null Spielerlebnisse soundtechnisch gehabt, weil wenn ich das jetzt hier zu laut gestellt hätte auf dem Monitor, hätte sich der Sound im Mikrofon wiedergekoppelt und es hätte alles einfach nur scheiße geklungen. Morgen gibt es ein Gimmick von Amazon, wenn das funktioniert. Gibt es für alle Streamer unter euch nochmal ein extra Video, da zeige ich euch, was ihr da bestellen müsst, wie ihr das alles anschließt, damit das alles funktioniert. Ich lasse mich erstmal überraschen. Ansonsten gibt es jetzt ein standardmäßiges Unboxing. Ich zeige euch ganz normal mal kurz den Größenunterschied zwischen PS4-Controller, PS5-Controller. Er ist ein bisschen größer, gerade für die Leute wie ich. Lange Finger, liegt er auf jeden Fall deutlich geiler unterhand. Es gibt ein vorinstalliertes Spiel, das nennt sich Astro's Playroom. Ein Jump'n'Run wie Super Mario. Der bringt uns die neuen Funktionen ein bisschen näher. Das macht ultra Bock. In kurzen Ausschnitten zeige ich euch das jetzt bei dem Unboxing. Und ganz wichtig, die meisten von euch wissen, ich bin Partner von AIM-Controllers. Das ist ein PS4-Controller. Ob das jetzt ein Standard-PS4-Controller ist oder eben so ein AIM-Controller, die funktionieren auf der PS5 unter der Voraussetzung. Ganz, ganz wichtig. Wenn ihr auf der PS5 ein PS4-Spiel installiert habt, könnt ihr ganz normal beide Controller benutzen. Umgedreht habt ihr aber, und das zeige ich euch einfach mal anhand, ich starte mal kurz hier meinen PS4-Controller und möchte jetzt Spider-Man starten. PS5-Version, nicht PS4-Version. Und dort erkennt ihr schon, PS5-Spiele können nicht mit dem DualShock 4 gespielt werden. Ihr wisst also Bescheid, das sind die ganz simplen Voraussetzungen. Also wer immer noch ein halbes Jahr oder so auf der PS4 zockt, weil er keine PS5 abgekriegt hat und will aber unbedingt so einen End-Controller haben, könnt ihr immer noch getrost bestellen. Aber mittlerweile gibt es auch die PS5-Variante bei AIM-Controllers zu bestellen. So, was wollte ich euch noch erzählen? Seid bitte nicht so dumm wie ich und verbindet euer Router mit dem WLAN. Das ist so dämlich. Ich habe Videos von Dr. Unbox King und Pete Smith gesehen. Die hatten eine Downloadrate von 30, 40 und ich denke mir, warum habe ich denn nur 10, 12 MB? Ich habe heute den Fehler erst festgestellt. Ganz wichtig, mit dem LAN-Kabel. Und ich übertreffe die Downloadrate von 30, 40 MB nochmal locker. Zeige ich euch ebenfalls. Du kannst dir das Lachen nicht verkneifen, wenn du das siehst. Installieren, kopieren, geht alles ultra schnell. Es macht mega Spock. Habe ich Spock gesagt? Es macht mega Bock. Ihr werdet sehen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Unboxing. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Natürlich einen Daumen da lassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut und euch das Let's Play gemeinsam mit mir reinzieht. Ansonsten gibt es Apex Legends, Cold War und so weiter. Haut rein. Da hat man schon so einen XXL-Tisch und trotzdem kein Platz. Ich rate übrigens jedem, der aus seinem Karton diesen Karton rausziehen will und den so hier aus dem Karton ziehen will. Passt auf. Hier. Ihr seht's. Bei mir ist es hier gleich eingerissen. Habe ich mich gleich direkt total gefreut. Muss man unterschreit haben für so einen Pack-Open-Ink. Aufgeregt sei. Bedienungseinleitung Nummer 1. Noch eine Anleitung. Stromkabel. Erstmal der Controller. Erstmal der Controller. Oh, der ist aber schön. Schön schwer. Schön schwer. Zack, zack. Ganz wichtig, der Standfuß. Ein HDMI-Kabel sollte klar sein. Standfuß. Packen wir aus. Einmal der Standfuß. Okay, Platz hier auch weg. Mein Gott, guck. Leck mich am Arsch. Ist das ein Riesen-Apparat. Das ist der absolute Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist die Rückseite. Ist ganz klar. Stromanschluss, HDMI. Ladenanschluss. Zwei USB-Ports. 3.0. Was das hier oben ist, das habe ich absolut keine Ahnung. Das ist die Rückseite. Die Vorderseite. Auswurfknopf für die Diskette. Beziehungsweise für die Diskette für das CD-Laufwerk. Ist klar. Der Powerknopf. Front-USB. Und dieser, keine Ahnung wie dieser USB-Anschluss heißt. Auf jeden Fall sehr edel. Was auf jeden Fall wichtig ist, bei dem Standfuß, den kann man hier so aufdrehen. Das ist die Schraube, die Befestigungsschraube, um nachher die Playstation im Stand zu befestigen. Ganz wichtig. Man sollte diesen Standfuß benutzen, weil der Haken ist, wenn ihr nämlich hier euer Ladekabel mal dran habt. Für einen Controller und ihr zockt während dessen ihr reißt vielleicht. Moment, dazu zoome ich mal wieder ein bisschen raus. Und ihr reißt an der Playstation ungünstig, dann knallt die euch weg. Fliegt vielleicht vom Tisch und dann war es das mit der schönen, tollen Playstation 5. Einmal raushebeln. Jetzt haben wir hier auf der Rückseite so eine Kappe. Die machen wir ganz einfach raus. Ups, da die Rückseite. Hier packen wir dieses Ding in dieses Loch rein. Zack, damit diese Abdeckkappe nicht verloren geht. Dann drehen wir das zu. Na, so. Und dann war es das. Man kann den Boden hier so drehen, bis man irgendwann hier durchgucken kann. Und das ist die richtige Position für den Drehfuß. Und schon steht die Playstation sicher. Was auch wichtig ist, wenn man den Drehfuß oder den Standfuß nicht benutzt, verdeckt man diverse Lüftungsschlitze hier unter dem ganzen Gehäuse. Und so kann die Luftwasser unter dem Standfuß zirkulieren. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. 厇 dem Standfuß. Ganz wichtig. Ausakkant. Hö. Bei der15Beиход. Fall. ich gehe jetzt übrigens nicht im menü sämtliche punkte einstellungsmöglichkeiten durch das würde das video zu sehr strecken was ich auf jeden fall euch jetzt noch zeigen möchte ist der playroom dort kann man nämlich sehen was uns der neue kontrolle alles für möglichkeiten bietet ja lass dich einfach mal überraschen das ist absolut geil wirklich nur eine kurze zusammenfassung das kabel ist ein bisschen schein ich glaube das muss ich hinten umlegen wie geil ist das denn das sieht so ultra stark aus kann man auch noch ein bisschen mehr die portionen ja schon geil er checkt ihr was alles tut ist okay alter das richtig das ist ja dass wir richtig da ist ja richtig das ist ja mega du musst ja tatsächlich moment du hast ja bisher hinkomme ich und dann muss ich hier das wird ein bisschen da das ist das ist ja ultra geil alter die vibration fühlt sich heftig an der überträgt sofort das bild wie ich was drücke also das ist schon crazy das ist total laminar aber feuerfrei touchpad krass an so detail geträumt das kann man gar nicht krass an so detail geträumt das ist ja mega das ist ja mega unfassbar hat doppel sprung nach man kennt krass an so detail geträumt das ist ja mega unfassbar krass 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 Also das dient glaube ich hauptsächlich dazu, die ganzen Funktionen des Controllers kennenzulernen, auch vor allem das Neue, die neuen Feedbacks, also nicht die Feedbacks, die neuen Sachen, die der kann, die neuen Gimmicks. Prozessorplaza. Okay. Das Geile ist auch, ich hatte vorhin dieses Feedback ja mit diesen Triggern und ich kann die jetzt ganz normal reindrücken und wahrscheinlich erst, wenn so ein Feedback kommt. Ich glaube, gerade bei COD, wenn du so ein paar Ballerspiele spielst, hast du dann so ein Feedback. Speicher-Spielplatz. Aha. Du merkst nicht nur den Wind, sondern das Feedback von dem Gras, das ist total crazy. Ey, das ist wie, wie machen die das? Zieht euch bitte die Download-Geschwindigkeit rein. Ich habe einen Fehler gefunden. Ich war versehentlich mit dem WLAN-Netzwerk drin, deswegen war mein Download so langsam. Ich ziehe hier gerade mit, keine Ahnung, 90, 60, 60, 70 MB die Sekunde. Das ist der absolute Wahnsinn. Also endlich hat Sony begriffen, dass man die Download-Rate nicht drosseln sollte. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Spitzenvorteil mit der PS5. So, eben ganz kurz getestet. Ich bin in Apex jetzt drin. Ich kann ja ganz normal mit meinem PS4-Aim-Controller im Schießstand rumspringen. So, jetzt wechsle ich einfach mal kurz den Controller. Zack. Wie man das so kennt. Da ist es. Alles klar. Und jetzt kann ich ja mit meinem PS5-Controller genauso in Apex rumspringen. Das funktioniert also auch. Das funktioniert also auch.